Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Kajute des Admirals anzunehmen bei Sturmwurferin Milva in Diefenheim, in diesem Gebiet. Wir befinden uns nämlich auf einem Luftboot der Allianz. Vor Quest war Diplomatie hat Vorrang. Und wir müssen in die Kajute. Alles klar. Das heißt, es geht hier nach unten. Und hier hinein. Schaut mal, hier hin müssen wir. Quest ist abzugeben bei erster Mühwisch in Diefenheim, in diesem Gebiet auf dem Flugboot der Allianz. Wenn ihr am Boden seid und es nicht seht, einfach mal nach oben schauen. Ist ziemlich groß. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.